Herzlich Willkommen zur B1 Mündliche Prüfung. Mein Name ist Katrin Schneider, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die Mündliche Prüfung. Die Mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Es soll in Ihrer Schule eine Feier stattfinden. Und Sie möchten zu diesem Anlass gerne den Klassenraum dekorieren. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Den Klassenraum dekorieren? Wer wird dabei sein? Wann und wie den Klassenraum dekorieren? Wer übernimmt was? Wenn Sie bereit sind. Fangen Sie damit an. Hallo Thomas. Schön, dich zu sehen. Hallo Sandra, das freut mich auch. Wie geht's dir? Gut danke, und dir? Mir geht's auch gut, danke. Das freut mich. Was machst du dieses Wochenende so? Ich weiß es noch nicht, und du? Ich habe eigentlich noch nichts vor, aber ich habe am Montag frei bekommen. Ich habe eigentlich noch nichts vor, aber ich habe am Montag frei bekommen. Das bedeutet, ich habe drei Tage, Wochenende. Da muss ich ja irgendetwas machen. Das bedeutet, ich habe drei Tage, Wochenende. Da muss ich ja irgendetwas machen. Stimmt. Zum Glück habe ich immer montags frei. Stimmt. Zum Glück habe ich immer montags frei. Das trifft sich, ja super. Das trifft sich, ja super. Lass uns etwas, unternehmen. Ja, das können wir gerne machen. Sandra, was gibt's Neues bei dir? Ja, das können wir gerne machen. Sandra, was gibt's Neues bei dir? Hast du gehört, in zwei Wochen ist ja der Tag des Lernens? Hast du gehört, in zwei Wochen ist ja der Tag des Lernens? Da soll in unserer Schule eine Feier stattfinden, wo alle Klassen daran teilnehmen. Ich habe schon einige unserer Klassenkolleginnen gefragt. Und, wir würden zu diesem Anlass gerne den Klassenraum dekorieren. Ja, ich habe auch schon davon gehört. Das ist eine gute Idee. Toll. Du hast die vorige Abschiedsfeier für unseren Lehrer, der in Pension gegangen ist, auch so gut geplant. Deshalb wollte ich dich fragen, ob du auch dieses Mal bei dem Planungsteam dabei sein möchtest? Ja, kein Problem. Wer wird denn beim Planungsteam dabei sein? Ja, kein Problem. Wer wird denn beim Planungsteam dabei sein? Ich habe mit Simon, Beate und Naima gesprochen. Sie würden gerne mitmachen. Gut. Hast du dir schon darüber Gedanken gemacht, wie wir den Klassenraum dekorieren können? Ich würde sagen, wir können zuerst aufräumen und putzen. Und dann können wir Poster an die Wände hängen. Wie findest du das? Das finde ich ganz gut. Was hältst du davon auch Balance und bunte Bänder zu montieren? Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ich möchte auch ein paar Blumen mitbringen, die können wir dann auf die Tische stellen. Was denkst du? Super. Ich glaube, das wird sehr schön aussehen. Ja, und wann werden wir das alles vorbereiten? Ja, und wann werden wir das alles vorbereiten? Hast du da eine Idee? Ich denke, den Raum aufräumen und sauber machen können wir schon am Tag vor dem Fest. Mit dem Dekorieren würde ich am Fest in der Früh beginnen. Mit dem Dekorieren würde ich am Fest in der Früh beginnen. Bis zur Mittagspause sollten wir fertig sein, da ja am Nachmittag das Fest losgeht. Das ist eine gute Idee. Dann beginnen wir zum Putzen am Tag vor dem Fest nach der Schule? Ja, so hätte ich mir das gedacht. Ja, so hätte ich mir das gedacht. Wir werden bestimmt nicht länger als zwei Stunden brauchen. Wir werden bestimmt nicht länger als zwei Stunden brauchen. Und dann am nächsten Tag sollten wir einander ein bis zwei Stunden bevor die Schule beginnt im Klassenraum treffen und mit dem Dekorieren anfangen. Das ist auch eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Was hältst du von 7 Uhr 30? Ja, das passt. Ich werde den anderen vom Planungsteam Bescheid geben. Vielen Dank. Wir sollten auch noch aufteilen, wer was kauft. Vielen Dank. Wir sollten auch noch aufteilen, wer was kauft. Ich kümmere mich um die bunten Bänder und die Poster. Ich kümmere mich um die bunten Bänder und die Poster. Okay, dann kaufe ich die Blumen und die Ballons. Perfekt. Und was ist mit den Putzmitteln? Perfekt. Und was ist mit den Putzmitteln? Ich denke, es gibt solche Dinge in der Schule. Ich denke, es gibt solche Dinge in der Schule. Aber wir könnten mal im Planungsteam fragen, wer bei der Schule nachfragen könnte. Ob wir die vorhandenen Putzmittel verwenden können, oder ob wir welche kaufen sollen. Ja, du hast recht. Dann sage ich das auch dem Planungsteam. Ja, ich bin damit einverstanden. Wir sehen uns sowieso morgen wieder, dann können wir weiter planen. Wir sehen uns sowieso morgen wieder, dann können wir weiter planen. Ja, das ist gut. Also, bis morgen. Mach es gut. Bis morgen. Bis morgen.